Was hier übrigens auch interessant ist, bei Morrowind spawnen tatsächlich Gegner nur in den Griften nach. Nicht in den normalen Höhlen. Das ist auch so eine interessante Sache. Ja, ich weiß, ich sammle wieder ziemlich viel Alchemie-Zutaten, aber das macht nichts, weil ich würde schon ganz gerne wenn ich die dementsprechenden Werkzeuge habe, dann ja, wir können auch die dementsprechenden Werkzeuge sammeln, dann können wir nämlich auch tatsächlich Tränke selber herstellen, beziehungsweise es versuchen. Also experimentieren quasi. Beziehungsweise nicht nur quasi, wir können experimentieren. Jetzt bin ich gelähmt heute. Doch nicht, wenn ich einmal einen Kaffee trinke, Mensch. Spiel! Erlaubst du dir! Frechheit! Schlammkrabbe! Ich schlag dich tot, du Sau! Sagt der anderen, dann ist das Vieh tot. Oh, da sehe ich einen Schiffswrack. Haben die das Land ein bisschen verhundert? Oder habe ich einfach nur enorm schlechte Erinnerungen an das Spiel? Das kann natürlich beides sein. So. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen Alchemie zu uns. Vor allem bin ich mal gespannt, wann sich die Alchemie wieder so ein bisschen erhöht bei uns. Das wäre recht nett, wenn sie sich mal wieder erhöhen könnte. Weil die erhöht sich momentan recht selten. Das liegt doch wahrscheinlich daran, weil wir recht wenig zu uns nehmen. Weil immer wenn diese Anzeige kommt, so von wegen, ja, hat keine Wirkung auf euch, dann haben wir es nicht eingenommen. Also immer wenn da nichts steht, dann heißt es, jo, war erfolgreich. Dementsprechend wird dann auch die Alchemie, glaube ich, so ein bisschen geskillt. Wo ist denn die Alchemie eigentlich? Guck mal eben kurz. Alchemie. Da ist sie. Auf 9 ist sie. Und wie man sieht, der Balken war schon recht hoch. Also wenn jetzt gleich mal die Anzeige nicht kommt, dann werde ich gleich mal auf die Alchemie gucken. Beziehungsweise man kann ja jetzt auch schon kurz gucken. Also jetzt hat sie sich gerade noch nicht verändert. Ah, keine Wirkung. Keine Wirkung. Keine Wirkung. Keine Wirkung. Keine Wirkung. Keine Wirkung, Tim wäre schon. Noch ein Meer hat auch keine Wirkung auf mich. Natürlich nicht. Nichts hat eine Wirkung auf mich. Alter. Ja, das ist der Nachteil, wenn die Alchemie so niedrig ist. Jetzt seht ihr gerade, wir haben jetzt 4 Punkte dazu bekommen. Also, wir bräuchten mindestens 20 erfolgreiche Versuche, um auf 80 Punkte zu kommen. 25, um eine Erhöhung zu kriegen. Ist also ziemlich heftig. Gerade für den Anfang. Es tut mir auch so ein bisschen leid, wenn das für euch jetzt so ein bisschen langweilig wirkt, sage ich jetzt mal so. Aber, wie gesagt, es ist zwar ganz gut, seine Haupt- und Nebenfähigkeiten zu erhöhen. Aber andere Fähigkeiten, die auch noch da sind, also es heißt ja nicht unbedingt, dass sie jetzt komplett unter den Tisch fallen, sondern man sollte auch die so ein bisschen mit einbeziehen. Es wäre nicht verkehrt, sagen wir es mal so. Wie man sieht, ist jetzt auf 92. Das heißt, wir brauchen noch 2 erfolgreiche Versuche, dann steigt unsere Alchemie. Jo, Alchemie auf 10. Sehr schön. Bin mal gespannt, wann das erste Rezept freigeschaltet wird. Weil ihr seht ja die Fragezeichen. Es gibt pro alchemistischer Zutat gibt es 4 Stufen. 4 verschiedene Eigenschaften, die so etwas haben kann. Und da bin ich echt mal gespannt, wann wir die erste freischalten werden. Ich würde echt gerne mal zu dem Schiff zurückgehen. Bin ich ja ganz ehrlich. Ich glaube, ich gehe da mal auch hin. Was ich wusste erst. Natürlich, die blöden Schlachtfische sind wieder hinter uns. Ja, ist ja gut. Oh, au, 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 au. Autsch. Ja, die haben hier ordentlich was drauf, die Schlachtfische. Auch dafür, wenn Schlachterfische, auch wenn sie recht klein sind. Das ist ja gerade das Erstaunliche. Sie sind klein und hauen trotzdem so rein. Das ist irre. So, erledigt. Erledigt. Noch jemand? Heilung hat auch funktioniert. Wunderbar. Wie sieht es eigentlich mit der Wiederherstellungsschule aus, frage ich mich gerade. Die Wiederherstellungsschule. Wo haben wir sie denn? Da ist sie. Auf 15 ist sie. 69 Punkte haben wir darauf. Das ist gut. Also Fortschritt. Können wir das Schiff zurückbetreten? Wir können es tatsächlich betreten. Okay. Das würde mich ja, das reizt mich echt, da mal reinzugehen. Wo sind wir eigentlich auf der Ups? Wo sind wir eigentlich auf der K? Warte. Wir sind in der Nähe von Zeldanin auf jeden Fall. Da würde ich gerne mal reingehen. Das würde mich echt mal interessieren. Ich sehe natürlich jetzt auch gerade sehr viel. Wartet mal kurz. Wir haben ja eine Fackel, ne? Nehmen wir einmal kurz die Fackel hier und dann sehen wir auch ein bisschen was. Was ist das denn? Eine Flasche. Ja, toll. Immerhin. Besser als gar nichts. Und das ist alles, oder was? Eine Flasche. Dafür bin ich jetzt hierher gekommen. Für eine Flasche. Toll. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Egal. Wir haben es uns mal angeguckt. Vielleicht ist es sogar das Schiff, über das wir hierher gekommen sind nach Morrowind. Kann natürlich sein. Muss es nicht notwendigerweise. Es gibt zwei Zugänge. Sehe ich gerade. Hier gibt es noch einen Zugang. Irgendwo hier gibt es noch einen Zugang. Ja, bestimmt nicht so. Irgendwo hier eine Luke oder sowas. Jo. Hab sie gefunden. Meine ich doch. Ein Schiff ist doch nicht einfach so erkundet. So. Ein Eimer. Treibendes Fass. Wo nix drin ist. Mist. Sie fackel jetzt komplett aus. Ja, sieht so aus. Mist. Okay. Ich würde schon echt gerne sehen. Wir haben doch eine Reiselaterne. Ach nee, wir sind ja gestorben. Mist. Hätte ich jetzt gesagt. Komm, wir nutzen einfach die Reiselaterne. Aber wir sind ja zwischendurch gestorben. Fuck. Ah, das ist doof. Und Magie haben wir nichts in der Richtung. Guck, wir nehmen uns einfach noch eine Fackel. Wir versuchen einfach nicht zu tief ins Wasser reinzukommen. Klingt einfacher als es ist. Ich weiß. Ich hab echt das Gefühl, das ist das Schiff. Das uns hier hergebracht hat. Ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl hab. Aber es ist irgendwie so. Kiste. Okay, es ist definitiv nicht unser Schiff. Weil unser Schiff hatte keine Drogen dabei. Da geh ich garantiert nicht rein. Weil ihr seht ja, hier ist überall Wasser. Oh. Wäre also keine gute Idee. Genauso wie es gerade keine gute Idee war, mit der Fackel ins Wasser zu gehen. Also hier ist es tatsächlich so dann, dass die Fackel, ja, die Fackel ist hinüber. In Oblivion und Skyrim ist das, glaube ich, anders. Aber hier ist es dann tatsächlich so, wenn wir eine Fackel ins Wasser halten, dann ist sie hinüber. Jo. Ist blöd, aber es lässt sich aber leider nicht ändern. Dann ist es halt so. Huch. Scuttle nehmen wir mit. Was haben wir hier? Quammer-Eier nehmen wir auch mit. Oh, mit Ruhe. Oh. Silbern ist lang schwer. Dabei hab ich doch schon eins. Ich weiß. Aber ich nehm trotzdem gerne nochmal ein weiteres mit. Ist ja nicht verkehrt, falls mal das eine kaputt gehen sollte. Beziehungsweise es lässt sich vielleicht auch ganz gut verkaufen. Wäre ich jetzt überhaupt immer noch auf dem Weg nach Seydanin oder nicht? Das ist ja schon so eine Frage, die würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Stirn-Bestie. So. Natürlich looten wir auch weiterhin die Pflanzenwelt. Kräuter-OPI ist wieder da. So. Ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Doch. Da hinten ist die Ahnengruft. Okay. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Guck mal an. Welch ist den total falschen Weg gegangen? Seht ihr? Sowas kann passieren. Tatsächlich. Na? Ich wusste es. Ja, die Schlachtfische sind, die Schlachterfische sind leider mit der Zeit recht nervtötend. Weil jedes Mal, wenn man im Wasser ist, kommen sie hervor. Jedes Mal. Am Anfang ist es ganz lustig, aber irgendwann nervt es auch einfach nur noch. Und das wird sich auch nicht wirklich bessern. Also in Skyrim, ja. In Oblivion, eher nicht. In Oblivion ist es eigentlich fast genau dasselbe. Und hier ist die Ahnengruft. Ja, cool. Die haben wir ja tatsächlich schon mal besucht in der ersten oder in der zweiten Session. Auf jeden Fall haben wir sie schon mal besucht. Schnellspeicherfunktion. Und reingehen. Denn es dürfte jetzt der Fall sein, dass sie tatsächlich nachgesporen sind, die Untoten. Müsste eigentlich der Fall sein. Und ich höre auch gerade einen Ahngeist, der direkt auf uns zukommt. Ich habe da etwas anschweben sehen. Aua. Au. Okay, den haben wir erledigt. Also ich muss tatsächlich sagen, Grüfte, das hört sich ziemlich makaber an, sind tatsächlich ein idealer Punkt, um zu trainieren. Können wir mal bitte ein bisschen weiter ins Licht gehen? Oder so, du stirbst einfach. Auch gut. Mist, an die Fackel kommen wir so nicht ran. Und hier auch nicht. Mist. Ich sehe wenig bis gar nichts. Ihr seht wahrscheinlich nachher im Nachhinein auf YouTube hier eine ganze Menge. Ich leider nicht. Macht aber nichts. Das ist nicht so schlimm. Sagte er und rennt stumpf gegen die Wand. Hallo? Ich sehe echt nichts. Okay, Blindheitslars braucht man eine Fackel. So. Der blinde alte Mann braucht man eine Fackel hier. Sonst sieht er nichts. Und dieses Mal werde ich sie hoffentlich nicht verschwenden. Wie die anderen beiden zuvor. So. Deswegen wechsle ich auch ganz schnell zum Schild zurück. Gut. Das heißt, wir haben jetzt in gewisser Weise eine Abkürzung zurückgenommen. Ich muss gerade sagen, was ist das denn für ein Gegner? Aber es ist eine Schlammkrabbe. Eine tote Schlammkrabbe, wie ich hier zufügen möchte. So. Sage ich ziemlich oft. Ich weiß. So. Betreiben sich wieder zwei Gegner rum. Ach. So ein bisschen Training ist nie verkehrt, finde ich. Von dembei handeln wir noch im Auftrag des Fürstenhauses Lalu. Also. Was ist daran verkehrt? Richtig gar nichts. Ist das eine Ratte? Ich glaube, das ist eine Ratte, ne? Jo. Dat ist eine Ratte. Und da ist der Quammerkundschaft da. Tot sind sie. Und die Leiche des Steuerbeamten liegt immer noch da. Gut. Also wir sind wieder zurück. Auf dem regulären Weg. Na, was heißt regulär? Also eigentlich ist die ganze Welt ein regulärer Weg in Morrowind. Schlammkrabbe! Survival! Power! Survival! So. Und da ist Seydanin auch schon. Ja. Ich würde mal sagen, wir sind zurück. Immer ein bisschen Loot, ne? Ja. Wir sollten das auch verkaufen, glaube ich. Beziehungsweise unseren alchemistischen... Oh, Alter! 20-mal großes Quammer-Ei. Und die wiegen 2 Pfund. Kein Wunder, dass ich so viel Gewicht habe. Alter Schwede. Moment. Wieso ist das eine so hervorgehoben? Das gefällt mir irgendwie nicht. Wieso ist das eine so hervorgehoben? Friss die ganzen Eier! Leckere Dioxine-Eier von den Quammer. Die Quammer gibt es übrigens auch nur hier in Morrowind. Die kommen danach nie wieder vor. Meines Wissens nach. Also es gibt unterschiedliche Gegner, in denen sie Elder Scrolls teilen. Die Quammer zum Beispiel, die kommen wirklich nur hier in Morrowind vor. Oder zumindest ende ich mich nur an Morrowind an sie. Kann natürlich auch sein, dass sie nur woanders auftauchen, aber ich wüsste nicht. Denn wie gesagt, meistens ist es tatsächlich so, dass die Entwickler die Gegner der Gegner nicht angepasst haben. Also daher hat quasi jedes Spiel seine eigenen Gegner. Gut, bis auf die Schlachterfische, weil die sind so ziemlich in jedem der drei Spiele dabei. Zusammen mit den Atronaken. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Say da nie! Heilung ist Feehanzeige. Wir sehen mal, wie eine kaiserliche Wache. Vielleicht sollten wir noch mal den Steuerbeamten mitteilen, dass wir den Mörder gekriegt haben. Ja, vielleicht gar nicht schlecht. Ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir hier angekommen sind. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier aufnehme, ist es schon eine Weile her. Wenn ihr es seht, ist es noch gar nicht so lange her wahrscheinlich. Ich das sage. Ich habe gehört, dass ihr über seinen Mord Erkundigung eingeholt habt. Ich bin froh, dass dieser Fall nun abgeschlossen ist. Hier ist eure Belohnung, Viper. Es ist gut zu wissen, dass es noch Bürger gibt, die wissen, was sie ihrem Kaiser schulden. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. 500 Draken dem Inventar hinzugefügt. Lebt wohl. Cool. Schöne Sache. Haben wir nebenbei nochmal 500 Draken abgestaubt. Finde ich gut. Jetzt rasten wir nochmal, bis wir geheilt sind. Ich würde auch gerne nochmal ein paar weitere Zauber kaufen, tatsächlich. Also nicht nur Wiederherstellung, sondern auch, was weiß ich, Zerstörung, Beschwörung, solche Sachen, dass wir uns mal so ein bisschen skillen können, damit auch unsere Intelligenz ein bisschen weiter nach oben geht, denn ihr erhöht ja auch gleichzeitig das Mana, das wir haben. Das heißt mehr Mana, mehr Zauber, mehr Heilung und so weiter und so weiter. Und dann kann ich euch auch so ein bisschen was zeigen, was das Spiel so alles für Möglichkeiten bietet. Also es ist nicht nur, dass man wirklich nur im Nahkampf kämpfen muss, man kann auch, was weiß ich, man kann sich auch auf Fernkampf spezialisieren, man kann alles mögliche eigentlich machen. Also es gibt nichts, was man hier nicht machen könnte. Diese verfeinerten Tränke wollte ich ja eigentlich verscherbeln. Das mache ich auch. So, das Buch will ich loswerden. Die Flaschen will ich loswerden, den Eimer. Sonst noch was, was ich nicht loswerden will? Ja, eigentlich das zweite silberne Schwert, aber irgendwie, nö. Ich will mich davon jetzt nicht so wirklich trennen. Vor allem unsere Rüstung ist so ein schönes Durcheinander. Wir haben Knochenhelm, wir haben, und dann ansonsten hauptsächlich Schietin-Panzer und noch so ein bisschen eiserne Beine schienen. Also richtig schön provisorisch zusammengewürfelt, einfach mal. Vor allem, wir können uns theoretisch sogar noch ein Gewand drüber werfen, also das ist total geil. Also, solche Möglichkeiten bietet wirklich nur Morrowind. Also, das geht bei Oblivion und bei Skyrim nicht mehr, soweit ich das weiß. Gut, kann ich den nochmal zwei, drei Draken bescheißen? Kann ich, sehr schön. Zauber, was hast du denn am Zauber? Funken hat er. Zwei auf 20 für eine Sekunde. Fünf Fuß auf Ziel. Vielseitigkeit, festigen Glück auf sich selbst. Eisbiss. Feuerball hört sich schon geil an. Eisbiss ist ein bisschen stärker. Also, ich nehme mal Feuerball, Eisbiss und Funken mit. Hand des Vaters nehme ich auch mal mit. Magie Resistenz. Die Vielseitigkeit nehmen wir auch nochmal mit und das behalten wir erstmal uns vor. Ja, haben wir jetzt also schon mal ein paar mehr Zauber erworben. Schon mal ganz... Oh, mir geht's gut. Danke, dass du fragst. Danke. Es freut mich sehr, dass du fragst. Danke. Danke.